hallo hallo na einen wunderschönen tatsächlich schon donnerstag morgen wünsche ich ja ich habe die woche noch nicht gestreamt aus verschiedensten gründen erstens weil ich habe sonntag gestreamt deswegen montag nicht ja dünnstag war einfach groß einkauf und gestern hatte ich nach dem workout irgendwie keine lust tatsächlich einfach keine lust nach dem workout und habe dann lieber die katzen bespaßt ja also erstens ist das ein wunderschöner ausblick mit unseren feldern hier muss ich sagen die wir alle noch fertig gemacht haben am sonntag ich hoffe ihr habt zeitmäßig entweder kaffee tee wasser oder was auch immer ein getränk eurer wünsche ich habe tatsächlich drei ich habe noch ein bisschen karottensaft übrig den muss ich noch austrinken habe ich hier einen frisch gemachten kaffee mit mandelmilch und ich habe mir natürlich einen tee angesetzt mit ingwer und zitrone was er darf natürlich auch nicht fehlen dass man das bett gehen wir von uns hier wieder was umbringt habe ich diesmal schon so dass ich jetzt nicht gleich am anfang der stream ist die ganze zeit am essen bin ja ist jetzt fast schon wieder rum habe ich gerade festgestellt gehabt heute morgen nächste woche ist die woche vor weihnachten nächste woche ist schon das jahr rum und ich werde älter wieder ein ganzes jahr älter werden in zwei wochen meine güne ja frage war mir ja nicht schlüssig ob wir mehr felder bauen wollen oder nicht die rote beete und die kürbisse sich weiter ausbreiten weil dann kann man hier dazwischen noch ein paar mehr kürbisse machen vielleicht dort sogar ein rote beete feld statt ein weizen fett unschönes wetter zieht hier zusammen theoretisch kann man wenn das wetter so unbeleidlich ist die zeit auch nutzen unterirdisch noch ein bisschen zu bauen und zu machen und zu tun ein praktisch gesehen brauchen wir sowieso rohstoffe von da unten also mehr eisen für werkzeuge oh mein gott das sind direkt mit zwei sklele ja also mehr eisen für werkzeuge brauchen wir auf jeden fall und das ist eine drinnen oder weil es ist ja viel zu hell ne die ist irgendwo in so einer zwischenhöhle schade dass das hier wirklich nicht zu gras geworden ist ich meine zu wissen dass wenn du halt licht hast natürlich es sollte ein erdblock zu grasblock werden aber scheinbar ist dem nicht das ist nur vorläufig dazwischen dazwischen schade m dazwischen Ich frage, wie wir das machen, ob wir das als kompletten Hauptgang lassen wollen oder ob wir das irgendwann in einem Raum münden lassen. Ich weiß nicht, dass die Spinne draußen ist, einfach in so einer tiefen Stelle. Ich glaube, wenn wir jetzt in die Richtung hier, also nach rechts buddeln, kommen wir irgendwann aus dem Tunnel raus, also aus dem Berg auf der Seite Richtung Felder, glaube ich. Aber ich habe das letzte Mal schon gesucht, gesucht und nicht gefunden, nachdem ich nach den Geräuschen gegangen bin. Also höchstwahrscheinlich sind die über uns. Es ist irgendwie doch irgendwo ganz lustig, einfach aus dem Fels rauszubauen, weil dann kann man auch so eine Glaswand machen. Ich habe den Raum hier reingekommen, den ich da unten gebaut habe. Ich mache das noch eine photographer, Untertitelung des ZDF, 2020 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 links und rechts von mir jetzt was das heißt theoretisch bin ich genau zwischen zwei skeletten aber hier ist und Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob es irgendwann den Moment in Minecraft gibt, wo man einfach zu viel Kohle hat? Vermutlich nicht, oder? Man kann ja immer was nutzen, wenn es einfach nur ist, um Stein zu brennen, damit man daraus was baden kann. Ich weiß nicht, ob es in der Nähe flubbert richtig, das Wasserchen in der Nähe. Das ist auf jeden Fall nicht unser künstlich angelegter Teich, weil der ist kein fließendes Wasser. Würde man den gar nicht hören, oder? Ich weiß nicht, hört man in Minecraft stehen, das Wasser? Das kann halt über uns rechts sein, das kann unter uns rechts sein. Oder genau bei uns rechts. Das ist halt schwierig. Ich glaube, die jemals noch einen Nutzen für Kupfer mit reinbringen werden. Tatsächlich einen Nutzen, ne? Weil du kannst halt einen Kupferblock machen, aber der bringt dir halt überhaupt nichts. Auch keine eingebaut, weil wir klug waren. Ja. Ja. überhaupt nicht irritierend die ganze zeit die monster zu hören dann verlieren wir zumindest nicht alles so es ist ein irgendwas zu scharf Ich würde auch einen Zimt-Apfel-Tee machen können, also hier so einen komischen Winter-Tee. Aber die, finde ich, sind mehr für den Geruch da als für den Geschmack. Das ist ein Ding, was ich hier bin. So ein Ding, was ich hier bin. Ich habe die Frage, ob ich hier bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aha, wir sind hier Das heißt, wenn wir hier nach rechts wirklich weiter bauen, kommen wir hier irgendwann raus aus dem Fels Also wir sind schon ein, zwei Sachen zu tief, das kann natürlich was sein Also ich muss wieder zurück Und ich muss wieder zurück Auf jeden Fall ne Höhle. Sonst würde man auch nicht die ganzen Monster hören. Oh, es ist fast zu tief gewesen jetzt. Da wären wir fast straight runter durchgegangen. Spannend. Das war's. Das war's. Das war's. Eingangsraum draus machen. Wir müssen von hier aus wieder in das Höhlensystem reinkommen. Wir müssen ja in das Bienenschacht-System. Ein Höhlensystem ist es ja nicht. Wir müssen hier in das Höhlensystem reinkommen. Wir müssen hier in das Höhlensystem reinkommen. Schauen wir, wie ich das bautechnisch optisch mache. Wir müssen hier in das Höhlensystem reinkommen. Wenn es eine kleine Höhle ist, auf jeden Fall ein kleiner Raum, wo Monsters bohren und ein bisschen Wasser lang fließt. Guten Morgen, Lenni. Einen wunderschönen Donnerstagvormittag. Wunderschönen Donnerstagvormittag. Komm im Stream. Wuh! Wuh! Warum? Dankeschön für den Follower. Warum ist das schon wieder eine Doppelanzeige? Ich dachte, ich hatte das ausgemacht. Naja, egal. Vielen Dank für den Follower. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich bin nur gerade ein bisschen am verzweifeln. In Minecraft. Eigentlich nicht genau weiß. Aber... Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, oder? Ich weiß nicht, was das... Ich glaube, das ist von Twitch selbst. So ein Alert über dem Alert, was ich eingestellt habe. Das macht alles ein bisschen gruselig. Bitte, mir geht es super an dir. Mir geht es auch sehr, sehr gut, tatsächlich. Also noch geht es mir gut, weil ich heute noch keinen Sport gemacht habe, muss ich dazu sagen. Ich wollte mich hören, dass es dir gut geht, muss ich sagen. Was machst du so? Solo Survival. Ja, tatsächlich, ja. Also, ich bin ein Noob in Minecraft tatsächlich. Also, ich kenne viele Rezepte nicht. Ich bin sehr froh, dass es hier dieses Rezepte-Buch gibt. Auch viele Blöcke kannte ich nicht. Zum Beispiel hier diesen Ziegel oder so. Oh mein Gott, das sind einfach schon wieder Pillager da. Ist doch nicht euer Ernst. Ja, ich hatte einfach die Idee, so eine Welt einfach zusammenzubauen in Survival. Ich habe hier so ein Dorf gebaut. Eigentlich dachte ich, man kann Villagers bohren, wenn man genug Häuser hat. Mit Betten und so. Aber irgendwie wurde mir gesagt, das geht nicht. Jetzt habe ich ein leer stehendes Dorf. Aber ist egal. Wir bauen das trotzdem weiter. Und dadurch werden ja auch meine Building Skills ein bisschen besser werden. So, das sind die Anfänge von mir. Dann habe ich angefangen, hier unten für das Dorf so Felder zu bauen. Das haben wir so am Sonntag und letzten Freitag so gemacht. Pillager, das sind spezielle Kreaturen? Ja. Sehr speziell. Und wenn es dich interessiert, kannst du gerne in den letzten und oder vorletzten Streamvidee reinschauen. Dann wird dir auffallen, wir haben die sehr, sehr, sehr oft. Sehr oft. Ich glaube, ich hatte am Sonntag allein, hatten wir die glaube ich viermal, dass die gespawnt sind. Oder fünfmal. In einem wohlgemerkten Zwei-Stunden-Stream. Also es ist nicht mal viel Zeit gewesen. Und ich weiß nicht warum, die hier so oft auftauchen. Und die droppen ja nicht mal was Sinnvolles. Die droppen nur dieses hässliche Banner. Die sind ganz oft da unten gespawnt, während ich die Felder gebaut habe. Mega schön, danke schön. Vielen, vielen Dank. Es geht natürlich immer besser. Aber es wird... Aber desto länger man Minecraft auch spielt und desto mehr man baut, desto besser wird man irgendwie. Ich habe das Gefühl, meine Skills werden besser mit der Zeit. Weil das ist so mein erstes Survival-Haus da unten, wo ich erst mal angefangen habe, mir eine Hütte zu bauen, damit ich nicht gleich jede Nacht sterben muss. Oh mein Gott. Nein, mein Schwert ist doch fast kaputt. Was ist denn mit euch? Könnt ihr nicht mal woanders lang gehen? Wer sind denn deine anderen beiden Kollegen? Oh, Quid, da sind sie ja auch schon. Einer zumindest. Wo ist denn der mit dem Banner bei euch hin? Der ist weg, hm? Der dritte. Ah, ich habe eines von den Bannern hier drüben dran geklebt, weil ich nicht wusste, wohin damit. Also... Die sind halt einfach nur super nervig, tun super weh, halten viel zu viel aus und geben dir nichts dafür, wenn du sie kaputt machst. Außer den Debuff. Den habe ich sogar noch vom letzten Dingens drauf. Äh... Bedroom Stufe 2 ist es sogar schon. So oft habe ich die Gedulde, dass es schon Bedroom Stufe 2 ist. Aber wo ist denn jetzt die dritte von euch hin? Ja, ist doch egal, man wird immer besser. Ja eben, man wird mit der Zeit einfach immer, immer besser. Und ich finde, das ist auch der Reiz daran. So einfach drauf loszubauen und zu schauen, wo man hinkommt. Und dann hat man einfach so Stück für Stück so dieses Upgrade. Dieses optische Upgrade, von wo man angefangen hat und wo man irgendwann hinkommt. Mein Gott spiele ich selber nicht, aber gucke ich jeden Tag sicher so fünf Stunden oder so. Also weiß ich alles. Das ist sehr gut von Vorteil, aber dann kann ich dich Sachen fragen, wenn ich irgendwas nicht weiß. Oder dir fallen Dinge auf vielleicht auch schon, die anders sinnvoll wären. Ich bin schon im Bett um zwei. Wie gesagt, wir hatten die viermal, glaube ich. Viermal oder fünfmal allein am Sonntag. In nicht mal zwei Stunden. Da war noch nicht mal ein Tageszyklus in Minecraft rum, da sind die wieder gespawnt. Und zwar direkt vor uns. Da hatten wir die gerade erst kaputt gemacht, so eine Dreiergruppe. Und dann kamen die direkt wieder. Ich habe extra gegoogelt, weil mir das merkwürdig vorkam, dass die so oft spawnender hieß. Was ist das? Die sind sehr selten. Also die sind selten. Das ist ein seltener Spawn. Aber das kann doch nicht sein, wenn ich die in zwei Stunden vier, fünfmal habe, oder? Uh, Charity. Ja. Ich bin zwar eine sehr kleine Streamerin, aber die Charity läuft ja auch nicht ab. Und ich finde, das ist einfach eine gute Idee. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich, ich weiß nicht, kennst du Guild Wars 2? Finde ich es auch nicht schlimm. Das ist ja ein MMORPG. Und da gab es dieses Jahr zum Pink Day ein Streamer Event, wo viele große Streamer Spenden gesammelt haben. für die Krebs- bzw. Brustkrebsforschung für Frauen. Das war auch ein sehr schönes Event. Es ist einmal jährlich. Und ich finde solche Sachen einfach gut, sowas zu unterstützen. Das sind so die richtigen Sachen, wo man sein Geld lassen kann, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Man soll es natürlich auch nicht übertreiben. Man muss sich erstmal ernähren können. Das ist immer das Wichtigste. Es ist niemandem geholfen, wenn du verhunger hast. Ich bin gleich in der näheren Tour, wo die immer herkommen. Weil es ist schon sehr gut. Ich bin im Krebs gelaufen. Also ich hatte irgendwo noch Glas. Irgendwo hatte ich das. Au. Ich kann es nicht leiser stellen. Danke für die 25 Dollar für die Unterstützung. Vielen, 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 vielen. Vielleicht reicht es, wenn man das aus Glas Scheiben macht. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das so ein Glieder und die auch in einem Glas Scheiben machen kann. Ja, wir werden die Glas Blöcke sinnvoller, oder? vermutlich schon im normalfall entweder hier so in der richtung von diesem werden oder halt oben am dorf laufen die plötzlich angst vor skeletten und sowas haben und mehr angst vor den dingen ja ich glaube die gibt es nicht gibt türen aus glas ich glaube nur aus holz oder wir machen jetzt mache ich das glasbrot das tut mir natürlich nicht so leid aber damit hier ein bisschen licht reinkommt es ist hässlich und wir werden sehen wie wir das ausmachen ich habe nicht jeden tag ein kreativ aber uns wird noch was einfallen vielleicht machen wir das auch später alles noch aus stein ein glaschen gibt es leider nicht das ist echt schade eigentlich ja hier ist so ein kleines fenster drin aber ich glaube es liegt auch an dem texter weg ich bin mir nicht so sicher ob das im vanila drin ist reisentüren gehen doch nur mit knöpfen auf glaube ich oder also die sind eigentlich ich 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weil ich das nochmal für euch separat gemacht habe, weil ich sehr gerne relativ laute Musik höre. Beziehungsweise auch die Spiele für mich meistens lauter mache als für den Stream. Ich bin einfach eine sehr leise Persönlichkeit. Das ist glaube ich nicht so positiv für einen Streamer, aber es ist wie es ist. Und ich schaue ja auch ab und an Streams von anderen und ich muss sagen, die meisten Leute schreien richtig. Also für den Stream ist das perfekt. Also Games von Spiel und Schimmer, das ist sehr gut, dass es abgestimmt ist. Es kommt aber auch aufs Spiel an, muss ich sagen. Weil es gibt ja Spiele, die wirklich Stellen haben, wo sie unglaublich laut sind und dann wieder unglaublich leise. Das ist bei manchen Storygames ist das irgendwie so. So Zwischensequenzen sind so unnatürlich laut und dann unnatürlich leise. Ich glaube, das waren die normalen Kabelsternstufen, die das hier machen, oder? Das müssten die sein. Ups, andersrum. Ich habe das Mikro jetzt wieder ein bisschen näher an mich rangemacht. Es ist nur so, dass ich halt zwei Kater habe und die tendieren gerne mal dazu, sich in mein Gesicht zu platzieren, wenn ich am PC bin. Dann kommen die immer gegen das Mikro und es ist halt persönlich eigentlich nicht so praktisch. Das sieht echt schön aus mit den Zähnen an der Wand, habe ich vorhin noch nie gesehen. Das hier oben oder die Seiten? Oh, zwei Kater mehr. Ja, mein Profilbild sind meine zwei Kater. Ich weiß nicht, ob man die gut erkennt. Auf dem Discord-Server von uns poste ich manchmal Bilder von denen. Ich weiß nur nicht, ob Nightbot diesen Link jetzt wieder schickt. Tatsächlich. Wenn du möchtest, kannst du vorbeikommen. Du musst natürlich nicht. Das steht zur freien Wahl. Aber da sieht man ab und an mal ein paar Katzenbilder. Also wenn du das hier an der Seite... Ich weiß nicht, wie sieht denn das im Vanilla eigentlich aus? Ich muss mir jetzt nur merken... ...irgend dem... ...Texture Pack. Reicht das, wenn ich das normale drüberlege? Ich glaube schon, oder? Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Sieht das da? Ja, das sieht es trotzdem. Es hat trotzdem so ein bisschen diesen 3D-Effekt. Aber das sind halt dann normale Stufen. Also oben sind es dann normale Stufen, normale Treppen. Und an der Seite... Der Kontrast ist halt nicht so groß. Aber er ist trotzdem da. Ich habe, glaube ich, das... Ich habe das Dorf schon ewig nicht mehr ohne Texturpack angeschaut. Weil ich habe es so gebaut, wie ich gebaut habe. Das Texturpack entsprechend... Oh Gott, ich habe ihm viel gesehen. Oh Gott. Oh, da ist ein Monster nebenbei. Ja, die... In dem Texturpack, die Stufen sehen halt sehr, sehr nice aus. Gerade wenn du die Kopfüber machst... ...haben die so einen ganz eigenen Effekt. Ich bin mal beigetreten. Dann willkommen auf unserem Discord. Ja, ist er sehr ruhig tatsächlich, weil wir wenig Leute dort sind. Weil es ein hauptsächlich deutschsprachiger Discord ist. Und ich ja doch relativ klein bin. Ja, das ist oben dann weniger schön, aber auf der Seite trotzdem schön. Ja, das auf der Seite wirkt ja trotzdem sehr gut. Weil es halt Textur reinbringt. Ah, ich habe es. Wir sind jetzt schnell. Wir bringen ihn vom Haus weg. Oh Gott, da ist ein Zweiter. Oh, hallo Spinne. Ja, du bist ja nett, ne? Weil es schon hell genug ist. Ich dachte, man muss den nur viermal hauen. Naja, egal. Das Loch können wir später stopfen. Das hat zumindest nichts Wichtiges kaputt gemacht. Wäre schon anders, wenn es an der Kirche der Dude explodiert. Guck mal, der ist nach dem Viertel nicht umgefallen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, wenn man hier sieht, die Häuser... Die sehen trotzdem nicht schlecht aus im Vanilla. Muss ich sagen. Aber wenn man dann halt das Texturpack wieder reinmacht. Deswegen habe ich das auch genommen. Weil das diese 3D-Models hat, die sich ändern. Dann sind Treppen und Zäune ein bisschen. Das ist alles anders. Grundsätzlich alles ein bisschen anders, logischerweise. Aber halt gerade hier die Stufen, wenn die halt kopfüber sind. Das sind halt richtige Stützbalken. Aus Holz. Also Holz hat halt richtig Stützbalken. Und Stein wirkt halt wie diese Kathedralen. Finde ich. Was man hier bei alten Kirchen und so sieht. Ja, das Loch stopfen wir irgendwann. So sieht es viel ästhetisch aus. Ja. Ich habe ja auch mit dem Texturpack vor Augen die ganze Zeit gebaut. Tatsächlich. Tja, lassen wir die Seitengänge generell so breit, ist die Frage. Ich glaube schon, dass das eine gute Idee ist. Und nur diesen Hauptgang schmal lassen. Ist das eigentlich jetzt besser geworden mit dem, dass man mich nicht hört? Weil ich hatte in dem Voice Meter drinne, dass ich halt erst ab einer gewünschten Geräuschpegel zu hören bin. Um ein bisschen Hintergrund zu minimieren. Ja, ist jetzt super. Das freut mich. Das freut mich sehr. Oh. Das war's. Tja. Bergbau für heute beendet. Ganz ehrlich, wir lassen die Kohle da drin. Ja, aber ich brauche die nicht. Ich habe ständig irgendwo Kohle. Ja, ich habe sogar noch Stufen. Das heißt, ich kann gerade die Decke nicht machen, weil ich habe natürlich keine Spitzsacke mehr. Ich kann natürlich eine Steinspitzsacke machen. Steine haben ja mehr als genug. Brauchen wir nur ein paar mehr, glaube ich. Die gehen viel, viel schneller kaputt. Das ist irgendwie alles ein Work in Progress und eigentlich ist überall eine Baustelle. Das ist jetzt frisch. Also ich muss sagen, ich arbeite immer so ein bisschen am Dorf, dann ein bisschen hier unten und dann ein bisschen an den Feldern. Weil dann wird man auch nicht müde und manchmal hat man so ein kreatives Leck, finde ich, wo man gerade nicht weiß, wie man dort weiterbauen soll. Also sucht man sich eine andere Stelle, um nicht so ein Burnout zu bekommen. Zumindest ist das die Art und Weise, wie ich da gerade rangehe. Und das funktioniert bisher, glaube ich, ganz gut. Ich wirke dadurch wahrscheinlich immer mal ein bisschen all over the place. Aber hey. Ah, Werbung. Oh, es gibt tatsächlich mal wieder Werbung. Bin wieder da. Willkommen zurück nach der Werbe-Pause. Ja, ich kann Werbung leider nicht 100% abschalten. Wenn es nach mir ginge, würde bei uns keine Werbung laufen, weil die Einnahmen davon generell ich sowieso nicht. Also, ja, hab ich auch nichts davon und es ist halt für die Fieber nervig. Lustigerweise hat sogar mal bei mir jemand mit einem Abo-Werbung bekommen und ich verstehe nicht ganz warum, weil eigentlich bist du ja werbefrei, wenn du abonnierst. Weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ja, so sieht das doch gar nicht schlecht aus, eigentlich. Ich könnte natürlich hier überall eigentlich auf der obersten Reihe Treppen hin machen, aber ich finde dann wirkt das eventuell schon zu eng. Weil dann läuft es ja zusammen komplett. Ich weiß nicht, man kann es ja mal proben. Oh Gott, meine Maus. Hallo? Wahrscheinlich gleich alle. Oh mein Gott. Denk mal wieder gleich wieder laut, ah, das hing. Ja, da ist die Dingens weg, ne? Da ist nur die eine Benachrichtigung. Dankeschön für deinen Song. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Theoretisch bist du jetzt werbefrei. Ja, jetzt war es nochmal, genau. Und dieses Red Treasure ist ja von mir die Wolfslein. Und es ist theoretisch, oh, den Block brauche ich gar nicht. Ups. So kann man es natürlich optisch auch machen. Hm. Könnte ich die komplette Decke mit Stufe machen. Aber ja, also eigentlich habe ich nur meine Benachrichtigungen drin. Ich habe mal kurz das Mikro am Mund gesehen. Ich weiß nicht, ich habe das letztens ausgemacht, aber irgendwie möchte ich das manchmal. Twitch ist halt Twitch, ne? Man kennt es, ich stelle immer irgendwas um. Oh, jetzt höre ich mich selbst. Oh, jetzt höre ich mich selbst. Und gleich nochmal. So. Eigentlich. Ich habe definitiv diese Alerts ausgemacht. Weil man hat halt dieses Alert-Overlay wegen dem Charity-Event, was ich mache. Und da sind alle Alerts, warum auch immer, noch mit drinne. Zusätzlich. Also, Follow Alert, Sub Alert, Hype Train, whatever, was es da nicht alles gibt. Cheers, Blitz, whatever. Ist da alles drinne. Und ich habe das eigentlich extra alles rausgenommen. Außer halt für, ähm, für die Charity selbst. Das soll ruhig drinne bleiben. Das ist ja auch in Ordnung. Ziele, Crowd Control, ist gar nicht erst verbunden. Stream Elements. Ich kann Follow Alerts gar nicht ausmachen. Ah, doch, hier. Es ist warum auch immer wieder drinne. Jetzt möchte ich das nur kurz im OWS mal aktualisieren. Theoretisch sollte das jetzt nicht mehr passieren bei einem Follow. Aber man weiß es nicht. Es ist Twitch. Ja, Twitch ist Twitch. Genau, genau. Twitch ist Twitch. Es ist immer Fifty-Fifty, was hier passiert. So, dann machen wir dieses Fenster wieder zu. Dann gehen wir das hier wieder rüber. Theoretisch, ja. Ganz großes, dickes, theoretisch. Das müssen wir ganz dolle, dick unterschreiben. Dass es hier alles nur theoretische Maßnahmen sind. So, dann können wir hier wieder weitermachen. Ja, dann machen wir das jetzt. Okay, wir probieren jetzt einmal die Variante, wenn wir hier die Dinger reinmachen. Oder halt, dass wir hier oben die Reihe machen. Oh, ich weiß es nicht. So, so schwierige Entscheidungen zu treffen. Es wirkt alles nicht so schlecht. Es gibt dem Ganzen halt nochmal optisch mehr Tiefe, weil du halt hier noch diese Einbuchtung drin hast. Aber es macht den Raum auch noch kleiner. Als er eh schon ist. Hm. Das ist schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen. Erstmal ein Stück Tiefe. Ja, so, das sieht es natürlich auch gut aus. Genau das ist das Problem. Es sieht in vielen Varianten gut aus. Und da muss man sich für eine entscheiden. Weil wenn man dann anfängt, jeden Gang ein bisschen anders zu machen. Tut mir leid, das klingt gleich, als wäre ich auf Toilette. Ich kipp nur Tee nach. Das war gar nicht so schlimm. Gott sei Dank. Moment, haben wir dich denn jetzt schon freigeschalten auf unserem Discord? Theoretisch musst du eigentlich nur sagen, ja. Ich kann lesen. Es sind die klassischen Benimmregeln auf unserem Discord. Ah ja, du bist schon normal drin, ja. Und direkt mal die Twitch-Subscriber-Rolle bekommen, Mensch. Ah, ich sehe gerade, mein Mod ist auf Twitch aktiv. Warum ist der nicht im Stream? Wenn er sich das VOD anschaut, dann darf er sich was anhören. Auf Discord zu sehen, aber nicht im Stream. 10 Uhr muss leider los. Hab einen Arzttermin, komme ich später oder morgen wieder. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Viel Erfolg bei deinem Arzttermin. Und vielleicht bis später oder morgen. So, machen wir jetzt diese Treppen. Ich glaube, wir machen die Treppen. Wir ziehen jetzt einfach hier oben die Treppen durch. Man kann sie ja jederzeit auch wieder abbauen. Das sieht halt echt gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Gut, dann machen wir das. Das heißt, die oberste Reihe wird jetzt immer Treppenstufen. Koppelst du und Treppenstufen. So, die Frage, ob wir gleich neue Treppen machen müssen. Das kann nämlich passieren. Genau. Aber Steine haben wir Gott sei Dank mehr als genug. Ich bin echt froh, dass beim Cobblestone, dass das hier so gut ausschaut, in dem Texturpack, weil von dem hat man halt einfach genug. Zumindest, wenn man im Untergrund auch baut. So, dann nehmen wir die kompletteste oberste Reihe hier wieder raus. Und dann kommt noch die andere Seite. Ich frage mich, ob die Blöcke jetzt einfach verschwinden teilweise. Wenn man, äh, also die, die rumliegenden Blöcke, die da, wenn man die dann einfach wegbaut. Oh, das ist der falsche Gang. Mehr Stufen braucht die Welt in Minecraft. So. Die Umstände sind wir fertig. Das heißt, wir müssen weiter in die Richtung gehen. Das heißt, wir müssen weiter in die Richtung gehen. So. Das sieht halt echt nicht so bad aus. Ich hätte es schlimmer erwartet. Und er wirkt auch nicht wirklich kleiner, der Gang. Gott sei Dank, Mensch. Ist ja jetzt meine Befürchtung geworden, dass das alles zu klein und zu eng wirkt. Es ist halt nur ein Blockgang. Er wirkt halt schon größer, wenn man halt hier die, die, äh, äh, Cobblestone, äh, Balls hat. Hm, hm, sieht nicht schlecht aus. Keine Sorge, nur weil ich jetzt die Wand durchgängig hier zugemauert habe. Wir können, wenn wir uns entscheiden, nach links rein zu buddeln, immer noch einfach die Wände wieder abreißen. Das stört ja überhaupt nicht. So, dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen Kohle bekommen. Ähm, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich brauche die Kohle, ne? Deswegen lasse ich die dort in den Wänden drin, ne? Und ich sehe mich jetzt schon in ein oder zwei Minecraft-Folgen sagen, ich brauche Kohle, ich habe nicht genug Kohle, ja. Wo kriege ich Kohle, ja? Das ist so ganz klassisch. Wobei ich sagen muss, wir haben echt sehr, 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 sehr viele Kohle vorkommen hier. In der Gegend, einfach wegen dieser ganzen Schluchten. So. Ups, da müssen wir ein bisschen A fassen, weil das sieht man hier sehr schlecht, wenn die ein bisschen vom Winkel nicht ganz passen. Tja, aber ich glaube, wir lassen den Gang einfach so breit. Aber das wirkt gar nicht so schlecht. Also hier diesen Eingang und dann werden wir jetzt schmäler, weil jetzt sowieso das sonst nicht hinhaut mit den Dingern da oben. Aber hier haben wir so diese Einbuchtung, dass es da runter geht. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt, das so zu machen. Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, jetzt lassen wir das so. Ja, ich glaube, hier kann man das so von der Höhe lassen. Ja, ich glaube, hier kann man das so. Ich glaube, hier kann man das so. Ich glaube, hier kann man das so suchen. Ich glaube, hier kann man das so. Ja, es ist nur die Lampe an sich. Okay, da draußen wird es schon wieder dunkel. Ich habe ja nie drüber nachgedacht, dass die hier einfach von hinten reinkommen könnten, die Monster. Oh, jetzt sehe ich überall, Mann. Das ist überall. Ich würde aber sagen, wir machen den Gang so weit fertig, wie wir halt noch kommen. Bis in den Raum rein, da hinten, theoretisch. Ich glaube, ich muss die Maus langsam wieder ans Kabel dran machen. So. Ist zumindest halbwegs gleichmäßig auch. Ach, das ist das Falsche. Da können wir auch schon mal alles rausnehmen, weil das sind dann wieder alles Steine, die wir zum Bauen benutzen können. Ich glaube, dort hinten haben wir keine Dinge hingestellt. Ich glaube, wir haben dort nichts hingestellt. Ich würde den Boden sogar einfach so lassen, als Clean Zone. Tatsächlich. So. Ah. Ah, sperre ich mich hier einfach ein. So, dann geben wir hier noch ein bisschen weiter. Das heißt, nimmt alles langsam Gestalt an oben ein bisschen, die Flächen, der Felderbereich nimmt Gestalt an, das Dorf nimmt Gestalt an hier unten, die Miengänge nehmen Gestalt an, das Wetter, das Wetter, das Wetter, das Wetter. So, das heißt, wir machen noch mehr Treppen. Und mehr von denen hier. Und von denen brauchen wir auch welche für die Decke. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr, aber erstmal die Anfänge machen. So. Ich sollte nicht immer so viel klicken, beziehungsweise die Maustaste gedrückt hätten, dann würde ich mich auch weniger zubauen. Alles andere braucht halt auch immer so lange. Obwohl, ist die Frage, wollen wir den Gang dort schon abschließen? Wir könnten hier auch schon eins tiefer gehen, natürlich. Da ist wieder dieser unnötige Kupferblock. Und hier haben wir hier auch. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Sie müssen mal eins früher runtergehen, glaube ich. Ausreicht nicht ganz. Jetzt haben wir denn jetzt lustigerweise Holz dabei? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben ja Bäume um die Ecke. Und theoretisch haben wir sogar bei uns im Haus noch Holz. Aber nur theoretisch. Praktisch nicht. Aber wir haben ganz viel Stein, was wir umwandeln können. Und jetzt haben wir die Ecke. So. Theoretisch brauchen wir ja nicht viel Holz. Wir brauchen ja nur genug Holz, um eine Werkbank zu machen. Dann haben wir nämlich in dem Raum auch gleich noch eine Werkbank. Was definitiv vom Vorteil ist. Okay. Eine Werkbank. Und natürlich eine Kiste. Machen wir das ganze Kupfer rein, für das wir keine Verwendung haben. Halbfügel können wir hier auch reingeben. Good morning. Good morning, Ravi. How are you doing? Ruh-roh. Is it Ruh-roh? Like a dinosaur? I hope you're doing well. Okay. agi. Okay. 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 oh my god oh my god oh my god oh my god thank you thank you now it's ravi but i use raw in games where i can because it looks cooler understandable thank you a lot for your subscription though much appreciated really much appreciated and congratulations again for getting through university for the year do you have any plans for christmas not directly we are discussing at the moment if we are gonna visit the family of my partner or not because they are living in another country you know so we have to drive a lot and we don't know if it's worth it or not but otherwise if we don't do that i don't have any plans on christmas besides maybe eating pizza or something something we don't usually eat you know i know it's not the most christmas like but you know not everyone does that do you have plans for christmas do you have plans for christmas i'm gonna meet with my family for dinner oh that sounds awesome do we have special christmas dinner need to drive like five hours also but it's fine oh so it's almost as long as we would have to drive for the family of my partner because they live in austria and we would have to drive around eight hours if we are lucky we have to drive around seven hours if we are really unlucky we have to drive for ten like i had to drive for ten hours once when i went to austria for holidays a couple years ago because of uh all the traffic and that's half the day gone and you are sitting the whole lot right we aren't someone that we don't do a lot of breaks because it will take even longer to get there so the legs hurt at the end of the day though yeah that's a lot yeah it is five hours is a lot too also but i think it's really the difference between five hours drive and eight hours drive is immense because three hours sitting it longer it's just completely different feeling right even half an hour longer in the car is sometimes really awful well we could take more breaks to stretch the legs and all that but we will take even longer to get there so we aren't doing that and last time we drove down there it wasn't the best because we drove with the kia our little kia venga and something isn't right with this car we haven't figured out what but we both had a severe headache after the eight hour drive and i also had to vomit because something was in there you know something was wrong in the car that we both felt awful and i actually had to vomit so it wasn't really the best day i'm just listening to music on my car and it feels like i'm teleporting yeah yeah it's really that's uh understandable if you're alone in the car and just listen to your stuff and just drive by without having a lot of trouble in the traffic or something it can go along really well but if it's too hot or the weather is noisy or something it's really stressful i personally think it's stressful to drive long hours if you have to look out for a lot of things if there's bad traffic it's stressful if there we had a rainstorm going on last time we drove down so it was really i had to focus a lot while driving and probably the reason why my headache was so problematic that i vomited but i'm prone to that because of migraines so maybe that's the reason too did i finish uh the roof ceiling is it the ceiling or the roof it's the ceiling right in english the top of a room is the ceiling i think and the roof is the thing on top of a house if i'm remembering correctly languages are awful to learn and to remember i forgot to put down stuff around here all right we are almost finished underground we just have to wind up the room down there are there monsters i don't see any i am always stepping on the stairs that's why i'm struggling we're gonna go back to this room and think about how we are gonna make it decorating wise we could uh do a complete stone room but we could do a wood room too but before we're gonna do that it's starting to get dark outside and i'm gonna use that to go to the toilet really quick all right took a minute longer because of course the cats needed some pets and wanted to play another question is if we're gonna do a wood room or a stone room could make a wood room though so the big question is if we're gonna go out and get some wood or not because of all the monsters i think that was close i think we have a bed around here somewhere do we have one down here yes we have so we're gonna skip the night go out get wood and build that room out of wood oh do yeah do we have another axe i don't know if it's smart to get the victory i'm going to play some league have a nice stream good luck with league thanks you for stopping by ravi maybe maybe we see each other and league later today maybe we see each other hello let me through it thank you i hope there won't be hidden wood inside all of those leaves but i am probably wrong and there will be a lot of wood hidden around oh there's a lot of wood up there it's a big tree is there more wood around? we have one here we have one there we have one there that should be okay there's one more i guess that's it there's a lot of big trees this time around normally there are only tiny trees spawning growing whatever you wanna call it is there a reason is there a reason why there are big trees is there a special circumstances you need to make them big trees or is it just random might be just completely random huh i feel like there's wood around here yeah there is okay there's one more around this area could be the last one or not because the leaves won't fall off does anyone see any more wood? i don't hello oh maybe it just needs really long because it's a lot of leaves oh there's another wood pot give me oh my god it is so well hidden sometimes is there more? no i hope that was the last piece of wood i hope that was the last piece of wood maybe i should just wait with planting more trees this time okay okay let's get back to our little underground room oh and apple fingers crossed that we won see another pillager hunt but maybe we didn't just see the group because we were underground but we started off with pillagers earlier today so it's not like they went in the stream at all today is there something like a stone a wood wall? no it's just a trapdoor i'm just not sure on how to build the whole thing to be honest well obviously the inner walls will be made out of wood but we could use slabs stairs and all that but i'm not quite sure how to make it look better you know maybe maybe well the thing is with the wooden stairs they have a really distinct look on them right but it doesn't look too bad honestly could work we could make it work somehow even from the outside because uh it doesn't really matter how it looks right now from the outside while we are building since we can degrade the outside later on oh my gosh my mouse i think i need to put the cable on too that's a bit too much at least for now gonna use it like this and that and like this and that and that i think that can work and that i think that can work and that can work We have the stone stairs already there Girls too far into the room, I think. The stone part Just drink another sip of tea A bit too much ginger in there A bit too much ginger It really doesn't look too bad. I'm amazed. I'm really amazed We could make even more stairs for the bottom part But I don't know how that might look Oh my gosh Hmm 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 Okay Ich würde gerade auf dem Boden noch eins tiefer setzen wollen. Aber das könnte dann zu tief schon werden. Das könnte natürlich sein. Weil dann wirkt der Raum irgendwann zu groß. Und dann macht das auch wieder keinen Sinn mehr alles. Nichtsdestotrotz müssen wir ihn einmal ausheben, weil dort auf jeden Fall ein Holz herkommt. So oder so. Ich würde nur fast schon Slaps draus machen. Man könnte in der Mitte natürlich eins tiefer gehen. Aber ich weiß nicht, wie das wirkt. Moment. Ist das denn nicht too much? So. 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 Obwohl, es wirkt gar nicht so schlecht. Das können wir eigentlich so lassen. Würde ich sagen, lassen wir das einfach so. Theoretisch können wir sogar die Wände aus Erde lassen, weil die farblich einfach gut reinpassen. Der Stein passt halt optisch überhaupt nicht. Also doch passt er trotzdem, weil es geht halt über in den Stein-Untergrund-Bereich und so. So, aber vielleicht kann man da ja Holz hinmachen. Okay. 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 Ich bin noch am Umprobieren, also man kann es ja auch alles jederzeit wieder abreißen und anders machen. Ich finde, das sieht gar nicht so bad aus, wie ich erwartet habe. Oh, hi. Hallo, Zambi. Tschüss, Zambi. Das ist ein gemütlicher, kleiner Raum. Ich glaube, wir haben auch keine Slabs mehr, oder? Aus Holz. Genau. Dann würde ich jetzt für den Bad ja auch nicht extra noch einen machen, um ehrlich zu sein. Jetzt fällt der Übergang dort rein. So viele Viech da, die da immer spawnen. So viele Viech da. Immer Katzenfell. Überall im Gesicht. Das ist unglaublich. Ich spiele mal zwei Minuten mit, jedes Mal voll damit. So, ich würde sogar fast sagen, wir lassen es jetzt einmal dabei für heute mit Minecraft. Wir können ja auch nochmal... Ist Bidosgate up to date? Ich muss erst mal schauen, ob ich das überhaupt up to date habe. Weil wenn ja, können wir auch bei Bidosgate mal wieder reinschauen. Wo ist es denn? Baldur, es geht. Update, Pause. Okay, es ist... äh, Moment. 313 MBR, das geht ja schnell. Soll jetzt den Stream auch nicht zwingend beeinträchtigen, hoffe ich. Nutz die Zeit und trinkt nochmal was. Oder was auch ganz wichtig ist, wenn man viel sitzt, oder viel auf der Couch legt, strecken zwischendurch. Immer mal strecken. Ach, gerade ich muss mich heute viel strecken. Weil das Kalisthenics über Gott noch aussteht. Okay, Bidosgate ist up to date. Das heißt, einmal Spielekategorie.